Ich krieg dich aus, Charlie! Diesmal kommst du mir nicht! Auf diesen Augenblick haben sie ein Leben lang gewartet. Ich hab Angst um dich, Mettou. Heute ist der Tag. Das muss was damit zu tun haben, dass Bobuton hier tot im Mettous Garten liegt. Ich bin schon unterwegs. An dem Verzweiflung zu Wut wird. Einmal in meinem Leben will ich mich stellen, wenn sie kommen, um einen zu lünchen. Scham zu Stolz. Gehen wir. Glaubst du, dass Mettou es getan hat? Und Leiden zu Kraft. Du kannst Mettou nicht beschützen. Ich will nicht, dass meinen Leuten was passiert. Ein Aufstand alter Männer. Mein Junge tot. Abgeknallt wie ein Hund und... Hauter Kreise. Also, dann gehen wir jetzt. Ihr wisst alle, es kann da ganz schön heiß werden heute. Ich bin doch nicht für nichts gekommen. Ist mir vollkommen egal, was Gladou sagt. Schon mal einen Sterben sehen? Auf dem elektrischen Stuhl, Billy. Er ist doch wirklich nur ein alter Mann, Mabes. Sie können schlagen, solange Sie wollen. Dann gehst du in den Knast. Wird Zeit, dass ich ärgere mit dem Gesetz. Amen. Sie sind fanatisch. Das ist gelogen. Gehen Sie endlich aus dem Weg. Ich denke nicht dran. Dann hört das endlich auf. Heute Abend wird hier niemand gelünscht. Ein Aufstand alter Männer. Der neue Film von Volker Schlöndorf. Mit Louis Gassett Jr. und Richard Widmark. Ich danke euch für den Stolz diesen Tag. In meinem Leben. Ich danke euch für den Stolz diesen Tag.